so wir checken jetzt mal demo loop ab ja der nennt sich auch trash und er hat was neues rausgehauen love bleeds dry den haben wir sogar mal abgecheckt glaube ich das war auf soundcloud und jetzt checken wir das mal hier auf youtube ab warum denn nicht auf jeden fall hat mir das ganz gut gefallen war so 80 sound hören wir uns auf jeden fall noch mal hier an und wenn du noch kein abonnent bist ja dann bitte abonniert den kanal ja um nichts zu verpassen und wenn dir das video gefällt lassen like da lassen daumen nach oben da würde auf jeden fall nicht freuen also und wir steigen jetzt mal rein hier zu trash mit love bleeds dry geprägt nieren leicht wie ja 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 ist doch schön sauber gemixt geiler beat ich liebe diese 80s sounds man ich wünsche dir auch noch einen schönen abend danke dass du am start warst und bleibt gesund bis zum nächsten mal und lass es dir schmecken ja 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 aber wer ist denn die sängerin da ja acapella bei main ja gut aber echt geil ja gefällt mir hier ist der link auch schönes video schöne nummer ich hab ja schon runter kommentiert hier ne schöne ap sound the fuse records sehr geil auch schöner beat hat auf jeden fall was richtig nices gebastelt hier ist auch immer produktiv da lass mir doch gerne mal liebe da und wenn du auch liebe da lassen möchtest ja dann lass doch gerne mal einen kommentar hier und like das video und wie ich schon zu anfang gesagt hab abonniere doch einfach mal und verpasse nichts ja also check das ab so ich mach das jetzt einfach für meine youtube videos ja einfach noch so am ende noch eine kleine ansage äh ja das kommt denke ich mal auch ganz nice muss ich halt nicht immer extra aufnehmen so temporia money was geht was geht äh ja wir checken uns jetzt einfach mal die neuesten sachen hier ab ne also alles was so ne abo box drin hab so weil sonst ja niemand was hier rein ballert ja auch noch mal vor sieben minuten hat äh hat der trash ja also der demo loop ja der sich auch trash nennt wieder was rein geballert hier defused records hier video ok gut alles hier music defused records sehr gut also der hat auch wieder den beat gebaut und die vocals wahrscheinlich wieder von einem rapper ja wollen wir uns mal abchecken so also wir checken jetzt trash mit last in this moment ja und ähm lass doch gerne einen daumen nach oben da und äh ansonsten ja abonniere den kanal ja verpasst nix ja wir können Schön, trägt man einen Liken. Hier ist der Link, check das auf. Sehr nice. Video Passport, ich kann es gut ausfusen. Coming alive in the night time And oh no, close your eyes Let it all go, body and mind Burning bright in a dark sky And oh no, close your eyes Let it all go, body and mind You've been alive in the night time And oh no, close your eyes I said, first of all the AT-Style And now something completely chilly Where the AT-Style was also chilly But this is still a bit chillier Just like a dream Schön sung, video-paste Gell-produziert The Fused Records Auf jeden Fall upchecken And if you liked the stream Also, if you liked the video Lass doch gerne einen Daumen nach oben Und kommentiert mal bitte Und ja, für den Algorithmus Ihr wisst, abonnieren nicht vergessen Wäre auf jeden Fall nice Check das ab hier Fused Brackets Trash Lost in this moment Ja, das Ding Bitte mehr Yeah A Z recordings Again There's a Ja, das Ding the go Thunder j T ver ho ि